Hallo alle! Eine unglaubliche Nachricht. Wir sind auf den Rastrack in Albersdorf. Ein tolles Rastrack! Wir werden mal sehen, was du heute auf die Beine stellst. Ja, wir gucken mal. Viel Glück! Viel Glück, Jungs! Als Vater ist man auch ein bisschen nervös. Was macht der Butcher heute? Da drücken wir ihm mal die Daumen. Ja, aber alles hält. Nicht wie eben mit der Schraube. Und hier ist unser schöner Mann, Maximilian Pott. Max hat den hervorragenden Rastrack. Er hat zwei Mal die Kette verloren. Er hat zwei Mal die Kette heute verloren. Und wer wäre sicher, ganz weit vorne mit dabei gewesen. Und schau, meine Damen und Herren, was dieser Mann macht. Noribs Blödohn. Er ist unser fastest Prospekt. How is going and flying into the corner. Noribs Blödohn. Und unser ganz großes Perspekt entdeckt. Und wie er hier die Kurve anführt, das ist der Wahnsinn. Und Maximilian Pott. Jetzt ist die Kette noch drauf in dem Lauf. Da sind jetzt vier, zwei Sekunden. Ja. 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 Alles altbekannte Gesichter. Hallo. Ja. Hoffentlich hält das Wetter. Danke. Hey, okay. Hey! Einer der härtesten Vereine hier in Nord Haschstedt. Die harte Truppe. Aber bei Wind und Buddha dabei. Und jetzt sind die Flugdrug Racer unterwegs. Und du machst auch ordentlich Platz. Vorsitzender und Bahnmeister hier. Tarek, gut hingekriegt die Bahn. Danke schön. Und wir hoffen, dass das Wetter so bleibt. Die Fahrer sind alle voll, das ist logisch. Ja. Ihr seid ja wohl mitgehärtest hier heute. Ich kann ja überhaupt gar keinen Wetter erschüttern. Irgendein technischer Defekt an Marvins Motorrad. So, läuft wieder. Die Lüberkopf. Ihr werdet einfach nur den Mann mit dir empfangen. Oh, das ist ja wohl das. Ich kann das nicht noch mal die Mosch. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Das ist besser. Das ist besser. am Gastzahn reißen und jetzt hier noch die Startmarschall. Du bist ja voll in Echsen heute, ne? Ich beobachte die Konkurrenz. Man muss immer alles genau im Auge behalten. Kann man machen, ja. Aber den Gegner auch nie unterschätzen, ne? So ist es. Kann man immer alles passieren. Ja, es hilft ja so, dass immer mal welche in Granaten starten legen. Aber man kann ja mal was ausprobieren, ein bisschen gucken, Spaß haben. Genau. Wir werden jetzt mal weiter beobachten. Und jetzt der Gegner. Hopp! Und macht's nervös vor dem Start? Nö, ne? Ne. Echt der cool man, ne? Naja. Ja. Haha. 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 Ja. Ja. Oh, Max, die Kette hat gelaufen und nicht. So eine niedliche Fahnentante hatten wir ja noch nie hier im Verein und macht Spaß oder haben sie dich förmlich dazu heute morgen vergewaltigt das Ding zu machen, aber alles gut, macht Spaß. Wolfgang Ratzoweit, einer der ältesten Bahnsport Reporter, für Bahnsport aktuell immer die Berichte und die Bilder geliefert. Machst das aber immer noch ein bisschen als Hobby, ne? Ja, das kann man sagen. Und macht auch noch Spaß, ne? Zum Teil schon, weil es ist neue Konkurrenz erwachsen aus Polen und die führen ein ziemlich hartes Regiment hier durch, also mafiamäßig. Ja, genau. Und das macht schon langsam keinen Spaß mehr. Ja, ich glaube. 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 Auch eine Hoffnung. Das war's für heute. Wir sehen uns schon wieder. Das sieht ein bisschen anders aus. Die fahren natürlich lange nicht so schnell wie die Spätfähleute. Tasi ist auch so ein Hobby-Rennfahrer, der unheimliche Fortschritte macht. Aber heute hast du einen ganz anderen Job hier, ne? Ja, heute ist die Startanlage. Heute musst du die Startanlage übermachen. Ist auch ein guter Job, ne? Ja, klar. Hubert auch genannt der eiserne Gustav. Ja, du stehst hier voll deinen Mann, ne? Ich stehe hier voll deinen Mann. Du stehst hier voll deinen Mann. Bis nichts mehr geht, bis die Gefänge anfallen, bis die Fische versagen. Aber ehrlich. Dann trinken wir noch einen, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt ist das Finale! Und jetzt, meine Damen und Herren, die letzte Runde! Und jetzt, meine Damen und Herren! Und jetzt, meine Damen und Herren! Und jetzt, meine Damen und Herren! Wir haben den Gewinner! Ein Name, den man schon in letzter Zeit sehr oft gehört hat! Ja, Nori, blöder! Na ja, wir sind ganz stolz auf dich! Und heute hast du wieder ganz klar gezeigt, der Sieg ging nur an dir vorbei und da war heute kein Gegner da! Aber, wie gesagt, du hast hier wieder eine Zaubervorstellung abgeliefert vom Feinz! Bist du zufrieden? Ja, ich sag mal, war ja eigentlich nicht mehr so eine Spaßveranstaltung hier! Wir hatten ein paar Probleme mit der Kupplung, aber dafür war der Tag ja auch da, um ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen was zu testen, Probleme zu geben, neue Sachen für nächstes Jahr schon mal gucken! Und dafür war der Tag auf jeden Fall gut! Genau! Und weiterhin! Viel, viel Glück, Nori! So, und hier haben wir den glücklichen zweiten Platz super gefahren! Und ja, vor allen Dingen deine Linie sauber durchgezogen, ne? Zufrieden, ne? Ja, auf jeden Fall! Wir sind alle froh und ja, werden in die Winterpause gehen, aber vielleicht haben wir noch was zu probieren, ne? Ja! Vielleicht müssen wir noch mal ab und zu mal raus hier und dann noch mal ein bisschen was testen, ne? Alles super gelaufen! Super! Ja, wir haben natürlich Marvin Schleiner vergessen, Namen dich zu erwähnen, der hier den zweiten Platz gemacht hat, aber Ruiz Hunde, das war natürlich eine tolle Vorstellung heute von dir! So habe ich dich lange nicht mehr gesehen! Bist du zufrieden mit allen Sachen? Ja! Ich war mit der Z50er unterwegs, gehe ich nicht mit von Notta, dafür war ich jetzt gut! Ach du bist mit der Z50er? Ja! Wahnsinn! Ja, na gut! Okay, das ist eine kleine Bahn, da kommt es noch mehr auf die Technik an, aber ja, herzlichen Glückwunsch! Danke! Und super Team hier! Jawoll! Ja, Volker Maaßen, alte Kanonen, noch mal in den Sattel gestiegen, habe er den Jungen noch mal richtig das Hinterrad gezeigt, also wir haben ja ein paar schöne Aufnahmen, also du hast nichts allzu viel verlernt! Naja, Spaß gemacht hat er, wirklich, richtig viel Spaß gemacht! Und Sie an der B-Gruppe, ne? Ja! Ja! Ja dann! Ja dann! Ja dann! Jawoll! Ja dann! 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 Und Flattrack-Klubmeister ist heiß geworden, mit der Saarversieben, Jürgen Rekteln! Wo ist die Nationalhymne? Die darfst du gerne singen, ich kann das nicht. Und Sieger bei den Old Boys, Volker Maaßen. Willst du da noch raus? Ja, das kennst du doch. Das war ein schönes Rennen zum Abschluss des Jahres.